Ja, was ist jetzt genau Waldbaden? Der Begriff ist leider inzwischen ein bisschen negativ belegt. Manche machen sich lustig, brauche ich eine Badehose oder stellen sich irgendwie so eine Badewanne im Wald vor, aber darum geht es natürlich überhaupt nicht. Waldbaden ist das bewusste Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Das ist Waldbaden. Waldbaden ist auch kein Modetrend, denn schon vor vielen, vielen Jahren hat beispielsweise Pfarrer Kneipp den Wald genutzt, denn man wusste damals schon, wie heilsam diese Luft ist im Wald und wie wohltuend es ist, gerade damals für die Patienten, die mit der Atmung Probleme hatten. Der Wald wirkt unglaublich entspannend und genau das wirst du in der Ausbildung erleben dürfen. Es gibt zahlreiche Übungen, die in Werkzeugkoffer verpackt sind, die wir während der Ausbildung gemeinsam durchführen und praktizieren. Es gibt Übungen für die Atmung, es gibt Übungen zur Sinneswahrnehmung, es gibt Übungen, kreative Übungen, es gibt Meditationen, es gibt eine Vielzahl von Übungen und du hast die Möglichkeit in der Ausbildung einfach rauszufinden, welche Arten der Übungen tun dir gut und mit Hilfe welcher Übungen kannst du vielleicht dein Stresslevel in dir verändern, denn die eigene Erfahrung ist das Allerwichtigste. Nur wenn du die Erfahrung mit dir in der Natur gemacht hast, kannst du es auch später weitergeben in deinen Veranstaltungen.